Muss los, Mama. Los? Mhm. Wohin musst du los? Laufen. In den Untergang. Ich bedauere jeden... Ja, ich auch. Ja, ich will das. ...der nicht jung wie wir diese letzten Jahre des Vertrauens in Europa miterlebt hat. Da sind wir. Tiere. Die kein Dasein haben. So ist das halt, wenn man einmal angefangen hat. Da gibt's immer einen. Glaubt die. Schande einer Niederlage wäre nicht zu ertragen. Gibt's immer einen, der das glaubt. Das kannst du nicht mehr steuern. Diese Wut. Da lässt du keinen mehr am Leben. Keine Alten, keine Frauen, keine Kinder. Warum schaust du mich denn so an?